jo leute was geht mr ui dies hier am start mit showtag und norbert der heute auch mal mit dabei ist hier hat sich umbenannt ja vorher ist der manfred und nun wird der norbert heißen tut mir leid norbert ja und zwar spielen wir heute mal wieder eine gary smart horror map irgendeine die ich halt durch zufall auf youtube gefunden ab und geh weg hier ja keine ahnung alter ja du hast lange weile na ja falls es mal rauschen sollte oder so mein hetzel ist ein bisschen schrott aber ich hoffe mal dass das nicht passieren wird hier ist norberts bruder oh nein komm norbert you need the key oben irgendwie die auf den tische der heute ist raus rein gehe weg alles packt rum und schlüssel und ich habe eine tasse die eigentlich ist das auch ein single player map ne hihihi na toll ja aber ja hol mal hier ran hier hihihi warte so komm schon irgendwie dahin wenn ich springen könnte hey ha 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 uoah f*** dich norbert hörst du wohl auf damit ey warte ha 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 geht nicht ha 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 da bist du doch hä irgendwie sieht das jetzt anders aus oder hm ich hab gefuckt uoah stalker ooooh der war da gerade hä oh oh mhm aha oh aah ok irgendwo ist hier ein weg nach draußen hau mal hier hau mal dagegen gegen das zeichen wenn ich mal lang kommen würde ha 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 hm oh hier ist wieder norbert ähm irgendwie na geh mal hoch spring mal au aha mach mal die tür auf ne geh mal weg du blockst mich ja da stöhnt wer willst du mich verarschen wer ist das oh da war g-man drinnen alter bei mir naja hier im spiegel ach schon nur im spiegel beim ah ah da war ne unsichtbare tür oder so echt warte ich bin mit hm wieso will die denn jetzt bekämpfen alter ich hab keine waffen mehr ah hier unten ist noch ein schacht ja da bin ich auch rein ey was ist denn das warte mal ah komm norbert was stand da jetzt hinten oh jetzt konnte ich es nicht lesen ah hier brauchen wir was um das kaputt zu machen ich ich hier ist nix doch das hier warte mal hm keine ahnung hä hm hm norbert haha ja nimm norbert ja wer kann ok ja geh mal weg toll jetzt ist es weg ey die muss doch aber irgendwas geben hm hm vor allem wir haben ja gar nix mehr ne hm 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 ich fühl mich grad schwul leicht verarscht irgendwie hm 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 mh hm 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 Ooooooh Hm... Irrgwee... Komisch, komisch, komisch. So klein hier und wir finden nichts. Hä, aber irgendwas muss es doch aber geben Norbert will uns was sagen, aber was Da stimmt was, aber ich konnte es nicht ganz lesen Oh Ja, damit kann man eine Tür auf und zu machen Ja, ja So Oh, schade Aber hier liegt auch nichts oder so, das ist Hm, komisch Einfach über E drücken, E drücken Weißt du was? Cheated Nicht mal damit kriegt man es kaputt Meinst du? Okay, irgendwie Geht es nicht kaputt? Hä? Ich bin gerade leicht überfordert mit der ganzen Situation Hm Hä? Komisch, komisch Was denn das, was denn das für ein Scheiß? Das? Oh Mann Was ist das hier für ein Licht? Alter Irgendwas haben wir übersehen, hundertprozentig Denkst du? Ne, ich weiß es Du weißt gar nichts Mach doch mal was! Na Wer von der Granate da rein Ich hab keine Okay Hä? Äh? Lol Guck mal Guck mal Das geht Ja Ah, das ist ein Schweiß Ah Oh mein Gott Mal rauf Ey, wir sind so doof, ne? Ja, warte Ich glaube Was ist das Ding jetzt Das Schweiß, 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 Schweiß Wo muss hier Ah Das muss mal einer erstmal herausfinden Hä? Bei mir ist jetzt alles weiß, ne? Was denn? Also du bist weiß, mein Crowbar ist weiß Bei mir nicht Hey Irgendwie ist das gerade komisch Egal Ah, hier Guck mal, hier fehlen zwei Teile Vielleicht müssen wir die suchen Geh mal rein Ah, was für ein Rätsel, ey Na, was kommt? Alter, ich komm da nicht rein, Mann Noch Norbert Alter Ich warte mal Ja, ich komm hier nicht hoch, Mann Die ganze Zeit dieses Geatme Das war's ganz einfach Du kommst jetzt nicht mit Noclip hier durch Kommst du? Ja, ne, eben nicht Dann komm her jetzt hier, Noclip dich hier durch Warte, ich bin auf dem Weg Wo geht's hin? Ja, wo, wo? Oh, ne, 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 ne Und da runter Los man, mach schneller So Hier war Norbert, so bin wieder da Hoffentlich will ich nicht runter, Alter Ach du wirst doch schon schade Hier ist ein PC Na jetzt brauche ich wieder einen Quover Ach ne, konnte man mit E öffnen Oh Ich wollte mich verarschen What the hell Was hast du mit Norbert gemacht? Wieso, was ist passiert? Norbert Toll, wo bin ich denn jetzt hin? Oh Gott, oh Gott Alter Toll Was soll denn der Küche hier jetzt suchen? Warte mal auf mich mal Sorry Leute für die Aktion jetzt Aber mir ist doch scheißegal Ich hab Keinen Bock mehr hier So rum zu rennen So rum zu rennen Ist ja nicht wahr, Mann Aha Norbert Ne, jetzt sag mal, du bist nur lang Musst du gucken, musst du Links oder rechts, Mann Ich weiß nicht mal, wo du bist, Mann Na hinter danach Nach dem Computer Geh einfach den Weg da lang Ja Auch schön, wie der Motorradfahrer hier auf Sack geht, Mann Na, ich bin rechts runter, aber da sterbe ich Hm Hä Ey, hier ist Norbert Dann bist du glaub ich richtig Ja Du bist Geh einfach die ganze Zeit den Weg da hin dran Ja, was ist mit Norbert passiert, Alter Ja, da ist richtig, da ist richtig Dann bist du ja fast dran Der arme Geht nicht aus Musst du die Kettensäge einsammeln und den Stalker damit umbringen Ich kenne jetzt einfach nur Ich bin jetzt ein irgend son Abwasserkanal Äh, da bin ich auch grad Ja, aber irgendwie komme ich nicht weiter Headmaps Ah, hier unten ist ein Schacht Das ist ja ne magische Kettensäge wieso wirst du denn im video sehen so dann springen wir mal hier ist irgendwie dieses radioaktive geräusch da Jan du bist ein richtiger Wichser weißt du das nein hier ist doch einfach weiter mann außerdem komme ich hier nicht mehr rüber scheißegal erwartet auch mal ja vor allem das ist bestimmt die end oder das ist hier weiß freedom steht da ich kann es nicht lesen freedom warst du es jetzt oder was denk mal schon weißt du das video ist so scheiße weil du einfach immer vor gerannt bist nur weil du nicht hinterher gekommen bist weil du langsam bist leider wichser ich glaube aber irgendwie noch nicht dass es das schon war doch ist es wir sind draußen hier passiert nichts mehr mit noclip kannst du auch rausgehen hier ist nichts okay dann was das soll so also ich fand es ganz gut mit der Kettensäge oder ich bin einfach ganz ehrlich da würde ich sagen das war es mit der Map um den Link klatsche ich dann in die Beschreibung hörst du jetzt wo auf damit kleiner Wichser und ja wir sehen uns dann beim nächsten Let's Play Ciao Leute